Bernie Madoff bekam 150 Jahre im Gefängnis. Der Typ hat Leute ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Es geht um Milliarden. Er tat so, als würde er das Geld seiner Kunden anlegen. Hat er aber nicht. Wieso auch? Um Gewinne vorzutäuschen, hatte das Geld neuer Anleger als Gewinn an alte Anleger ausgezahlt. Voll schlau. Ein Schneeballsystem. Es funktioniert also nur, wenn es immer neue Idioten gibt, die dich mit Geld vollpumpen. Als aber 2007 ein Anleger ganz frech sein komplettes Geld wiederhaben wollte, konnte Madoff das nicht auszahlen. Von den über 20 Milliarden US-Dollar, die seine Anleger ihm gegeben hatten, waren nur noch eine übrig.